Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mit euch ausprobieren, wie es ist, wenn man hier vorne Streuhaar nutzt, um den Übergang von der Stirn zum Haarteil besser zu kaschieren. Je nachdem, wie man den Tropper aufsetzt, kann es eben sein, dass hier so ein Stück übrig bleibt, wo eben nicht so viele Haare sind und dann fängt der Tropper an, der ja dann recht viele Haare hat. Dementsprechend kann irgendwo die Illusion ein bisschen geschmälert sein und da gibt es dann eben unterschiedliche Wege, um das zu kaschieren. Ich zeige euch nochmal gerade, was ich genau meine. Man kann den Tropper relativ weit hinten tragen, also das sind jetzt hier so vielleicht 2-1,5 cm hinter meinem Haaransatz. Wenn ich das jetzt festklipse, dann habe ich hier halt diese Front, die wirklich dünn aussieht. Und dann fängt erst der Tropper an und das wirkt dann halt nicht sehr natürlich. Ich persönlich trage meinen Tropper deswegen etwas weiter vorne, nämlich so, sodass das Ganze dann nicht so schlimm ist. Hier sieht man das ein bisschen, aber das ist für mich vertretbar. Aber nichtsdestotrotz kann man den auch weiter hinten tragen und diesen Übergang mit Streuhaar kaschieren. Dazu mache ich mal eben einen Mittelscheitel, etwas was ich sonst eigentlich nicht tue, weil dort mein Haarausfall halt wirklich am schlimmsten ist. Das ist typischer androgenetische Alopezie, dieser Verlauf, dass es hier im Oberkopfbereich so eine Lichtung der Haarsubstanz gibt und die setzt sich dann auch hinten immer weiter fort. Dementsprechend trage ich sowieso niemals einen Mittelscheitel. Aber jetzt, um das Streuhaar aufzubringen, werde ich das mal so machen. Dann habe ich hier die Farbe hellbraun gewählt. So sieht das aus. Und trage das Streuhaar dann einfach so auf, wie man auch Salz oder Pfeffer aufs Essen streuen würde. Vielleicht nicht ganz so viel. Und dann verbindet sich das Streuhaar mit dem vorhandenen Resthaar und legt sich natürlich auch auf die Kopfhaut. So. Farblich passt das, denke ich, schon ganz gut. Hier vorne diese Ecke. So. Und ihr seht schon, das wirkt jetzt deutlich voller. Einfach weil die Kopfhaut jetzt die Farbe meiner Haare hat und diese Fasern sich an das Haar schmiegen oder Klammern, anheften, wie auch immer man das formulieren möchte. Und dann hat man eben diesen Effekt. Das geht zum Beispiel auch, wenn man vielleicht noch nicht so starken Haarausfall hat und kein Tophaar tragen möchte oder mal eine Pause machen möchte, dass man einfach dieses Streuhaar nutzt und dann das Haar ein bisschen dichter erscheint. Für mich wäre das jetzt keine Option, weil das Streuhaar macht nun mal diese Situation nicht besser. Und ja, das reicht für mich persönlich einfach nicht. Aber für das Kaschieren finde ich das auf jeden Fall ganz gut. Ich mache jetzt mal wieder meine Standardfrisur, den Seitenscheitel und setze den Topper wieder relativ weit hinten auf. Und jetzt sieht das schon wesentlich besser aus. Sieht nicht mehr so dünn aus vorne und kaschiert deutlich besser. Man muss dann noch mal schauen, ich weiß jetzt nicht, ob das bei der Kamera sichtbar ist, dass man hier mit einem Wattestäbchen das, was zu viel rausgekommen ist und auf die Stirn gefallen ist, weg macht. Sodass das dann nicht irgendwie unnatürlich aussieht. So. Genau. Das ist dann das Endergebnis. Dieses Streuhaar gibt es natürlich von vielen Marken und in unterschiedlichen Farben von schwarz, braun, blond bis hellblond. Da müsst ihr dann einfach das, was eurer Farbe am nächsten kommt, aussuchen. Bezüglich der Marke möchte ich jetzt keine Empfehlung aussprechen. Ich würde euch aber sagen, dass ihr immer nach den Inhaltsstoffen schauen solltet. Ich persönlich habe jetzt eines ausgewählt, was eben Baumwollfasern hat und nicht irgendwelche Keratinfasern oder sowas. Ihr müsst ja bedenken, dass diese Fasern auf eurem Kopf sind, auf eurer Kopfhaut. Und dementsprechend sollte das möglichst etwas sein, was gut verträglich ist und nicht allzu viel Chemie enthält. Das ist also meine Empfehlung. Ich habe meins von Amazon gekauft. Da findet ihr mit Sicherheit auch etwas Passendes. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Option, um den Übergang hier noch etwas natürlicher zu gestalten. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt sie mir gerne unter diesem Video oder schreibt mir eine E-Mail. Dann habe ich es Ihnen eine neue E-Mail. Aber es ist für uns nous, ich nehme die E-Mail. Aber es ist für uns Vielen Dank.